Bangerang, Brudis und Schwesties, mein Name ist Georgie, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Caustic hat einen krassen Nerf erhalten. Ich habe gestern eine ganze Zeit lang mit ihm gespielt, wir haben ein paar Runden ausprobiert, um zu gucken, wie macht sich das denn überhaupt bemerkbar. Und ich muss sagen, man merkt es ordentlich. Für mich war Caustic festgesetzt in den Top 3 der Legenden, sehr sehr starke Legende gewesen vor dem Patch. Jetzt würde ich eher sagen, ist er vielleicht noch in den Top 6 oder 7, auf jeden Fall in den Top 10, aber Leute, der ist echt gut genervt worden. Man merkt es mehr, als ich gedacht habe, muss ich wirklich zugeben. Ich habe ein bisschen Gameplay für euch aufgezeichnet, da sieht man, wie er sich mittlerweile verhält, wie er jetzt spielbar ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Sollte euch das Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr die ganze Sache mit einem Daumen unterstützt und ein Abo rausknallt, damit ihr in Zukunft nichts weiter verpasst. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video und Rock'n'Roll! Okay, Runde 1, starte den Countdown. Voila, erster Treffer. Machen wir einfach so weiter, oder? Führe eine Variable ein. Ah, okay. Ab nach oben. Direkt unter uns. Ab ihn. Nein, 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 nein. Du bist direkt. Ah. Boah, platter und super low. Ab nach oben, Juti. Ja, ich spiele das auf Deutsch, Alter. Ach so. Das ist so, ey, das ist voll krass, Alter, ne? Keiner kommt drauf, klar. Ich verstehe auch nicht, dass viele es auf Englisch haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe es nicht. Naja, ich hab's auf Japanisch. Du scheiße. Ach, was, das ist auf Japanisch? Äh, ja, ich bin, die Sprache ist sehr angenehm. Der Champion will beurteilt und für unsere Befreundung. Okay, ich sag mal nix dazu. Ich hab da, ähm, ich hab mir da gar keine Gedanken drum gemacht, bis es dann mal der Erste gesagt hat, so, weil ich hab's installiert, weißt du, und seitdem Deutsch halt, dass du mal... Sag mal, wird da drin gefeiert oder ist das unten? Äh, das ist unter uns. Ich bin direkt hinter dir. Okay, los. Nice, nice, nice. Nicht gut. Ja, er ist falsch. Hier. Ich habe meinen nächsten Kill gesehen, genau hier. Ich brauch ne kleine Beförderung. Seht ihr, Mann? Seht ihr, Mann? Team Fracking, ich weiß. Okay. Einer hat er dich nicht gekägt. Du bist los. Äh, okay. Einer knockt. Nein, der noch nicht. Nein. Nein, der noch nicht. Nein. Nein, der noch nicht. Mein Ulti tickt. Wo ist die... Knockt. Wieder ein Blitz ausgeschaut. Der Tod in la. Ich bin neust. Ich bin neust. Ich bin neust. Unter uns. Alex, vielen, vielen Dank, man. Kauf dir was Schönes. Banger Enger im Kamin, eins in den Chat dafür, dass ich mir Banger Enger gönnen soll. Ich werfe ein Hitzeschild an. Okay, die Zone hat sich zurückgezogen. Schüsse vor uns irgendwo da. Ich hab nichts gehört. Ein Shot war von der Sniper oder so. Jetzt wieder, hast du gehört? Jetzt höre ich sie. Ich hab den hier. Ich hab den hier. Die Tick, die ist genockt. Hopf mich ab! Ich habe eine Barsch. Ich habe eine Barsch. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Ich stehe unter dem Karten. Mit mir der noch. Ab sich. Ich wurde nicht. Replicator. Replicator. Replicator nervt sich. Noch ein Squat. Zielgesicht ist da drüben. Ich habe zwei geimpft. Noch ein Squat greift an. Der Karte. Zielreifft. Werde mich an. Ich bin. Oh. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Wer ist ein Junge außerhalb unserer Orbe? Wo ist die Bombay gelacht? Ich stopfte dein feuches Maul. Er ist gecrackt. Ich bin der Karte. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Wir sind tot. Ich bin weg hier. Nicht falten. Ne. Ich hab nur noch keine Kälte. Ich hab gar keine Kälte. Ich hab keine Kälte. Mit dem Schild hab ich keins mehr. Die Zone geht weg jetzt. Okterhand, gut kassiert. Nicht folgen. Der ist irgendwie in die Richtung gelaufen hier. Der hat zwei gute Hits von mir kassiert. Boah, 72. Ich stehe unter dem Schuss. Vorsicht, Bengalo Ulti. Ich bin aber schau, Scheiße. Mathe, geh. Das ist der Octane von gerade. Der Dodo? Weiß nicht. 56er Headshot. Cracked. Ich bin weg. Ich bin weg. Lade nach. Schilde laden Sie wieder auf. Lade schilde auf. Werde den Pfotzen. Schau. Lade Schilde auf. Lade schilde auf. Hier. Eine weitere Variable für die Laboren. 15 Sekunden, der Ringe steht. Lade Schilde auf. Lade Schilde auf. Gebt sie da und rein rennt. Brauchst du Schilde? Ich hab was. 30 Sekunden, wir sind in der Nähe. 4-5-German. 1-2-2-3-3-4-5-4-5-Wild. Heile mich. Die Verlust auf der Schnaffen folgenden Kümpf. Jetzt… Der Vigilbatterie ist für Haven. 3 noch auf Hauke Kommt ohne Ulti tickt Die ging gut Damage 1, 2, 3, 4 Das ist ein Schilder. Hier bei mir. Fuck. Nice, GG.